Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Hi on Life. Ja, wir sind letzte Folge hier in Old Town angekommen. Wie das Ganze passiert ist, könnt ihr mal in der vorherigen Folge reinschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und jetzt müssen wir erstmal hier in diesen Central Ab, beziehungsweise wir müssen räumen die Westseite aus, wo wir gerade dabei sind. Beziehungsweise das ist Central Road. Ich denke, West ist auf der Seite. Barm, barm, barm. Erstmal Zentrale aufräumen. Hier müssen wir noch ein paar Helle hier rein geben. Ich glaube, ich muss mir nur eine Maus bestellen hier. Die Maus ist nicht mehr ganz so gut. Ich muss sagen, Maus hält jetzt schon einige Jahre. Egal, was hältst du hier die ganze Zeit so rum? Bleib mal stehen hier. Das war übel. So, jetzt müssen wir noch die Westseite aufräumen. Das ist dann höchstwahrscheinlich auf der Seite hier. Dann können wir, glaube ich, da rein. In Oortown. Oortown? Oortown, ja. Da müssen wir hin, um unser Kopfgeldauftrag zu erfüllen. Den Douglas nämlich. Ich will den Bomben sehen. Gibt's keine Bomben. Toll. Er schießt die ganze Zeit gegen die Pisse, der Trau-Alter-Gang. Die sind eh nur One-Hit. Wenn man sie treffen würde. Das ist übel, Alter. Hals aufschneiden, Wecker. So, löschte die G3 um Oortown aus. Nee, Dragtown, genau. Aber ich muss da noch... Aber da hinten habe ich noch was gesehen, wo ich Goose benutzen kann. Hier war doch so eine rote... Ja, Magma-Wandl, Alter. Gene, hallo, mein Freund. Ich dachte, ich gebe dir mal ein paar Tipps für Meisterkopfgeldjäger. Ja, was denn? Denk dran, die Gegner zu erschießen, um sie zu... Ah, Digga, du. Halt doch dein Mord, Alter. Sag bloß, dass man die erschießen soll. Ah, okay. Jetzt nochmal wieder eine Pesars-Kiste. Okay. Die von irgendeinem Ding geparkt wurde. Was auch immer da drin ist. Jetzt, glaube ich, kann ich wissen, Alter. Dass ihr noch so alles auf uns wartet, im Zweifel. Oh, hier ist noch eine Kante, wo man hochjumpen kann. Ist ja auch noch was. Ah, der ist nur der reguläre Weg. Ekeliger. Ne? Da ist eine Zipline. Wait. Wait, 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 wait. So, wo kommen wir hier hin? Wer ist er denn? Was so? Oh, when people make noise, of course I get real, real mad. But I keep it inside. I shove it down, deep, deep down. I stay real calm. You wouldn't be able to tell that I'm mad. My secret Mrs. Calmer's trick. Äh, ja. Ziemlich fragwürdig. So. Wer tritt das Tor von Drag Town? Okay. Dann machen wir das so. Wait, was geht noch? Vielleicht ein bisschen höher ansetzen sollen. Komm ich hoch? Oh, oh. Jetzt bin ich hochgekommen. Hehe. Hier ist doch safe noch irgendwas, Alter. Sonst würde ich hier nicht... Oh, oh. The end. Killer. Maul halt, nö. Hä? Wieso schießt der so komisch? Lol, ich kann den nochmal ankicken. So, what is here? Oh, oh. Mal leiden. Sehr klein. Ah, guck mal. Das ist auch eine dicke Kiste. Ist doch blau, Mann. Gib mir die 300. Gegenstand erhalten. Müllsack, Baby. Phrasier aus Phrasier. Das dürfen wir nicht. Diese Karte sorgt dafür, dass wir verklagt werden. Sie passt nicht einmal wirklich in dieses Set. Aber wir haben vergessen, sie zu ändern. Also ja, das ist einfach Phrasier aus der TV-Show. Phrasier. Äh. Ja. Okay. Wofür das jetzt notwendig ist? Ich weiß vermutlich kein Schwein. Ja, okay. Hier ist nicht sonst mehr was zu holen. Dann betreten wir jetzt Drag Town. Wir machen jetzt ziemlich viel Explore tatsächlich hier außen rum. Aber das ist auch ganz gut so. Hier gibt es noch safe, noch mehr zu entdecken. 100%. Aber wir gehen rein. Komm, let's go. Was good. ok seine passion ist zu erzählen wie scheiße so was kann man hier noch machen wir müssen auf jeden fall weiter durch hier haben wir noch ein gateral gefunden was sind das hier für die dinger das ist so ein gambles scheiß selbst die leute zum pain zu bringen das ist ein aufzüge ich kann nicht springen ok okay douglas again this ad is about the torture but the last one was about joining the g3 but this one is about how i love torturing it's not an ad for anything it's just like a reminder that part of my job is also torturing people enemies of the g3 random strangers who look to be funny anybody i'll torture whoever doesn't matter to me i just love doing it ok that's it for this one that's a wrap ok verstehe verstehe wahrscheinlich noch tiefer rein ist das immer komisch aus wenn er lädt der ist doch nicht einfach öffentlich irgendwo drin oder safe call nicht so like i was saying my brother told me douglas is really into torture like sexually does it matter yes to me it needs to be douglas oh i hope we don't have to meet douglas and she's that guy scares me paar wachen hier was hält sich denn grinsen es geht noch oh boy we got a touchyfeely personal space okay boy can you believe they built all this on the bottom of an asteroid i mean i'm not gonna lie it's it's a good place to hide out i mean but yeah ach hier ist so eine barriere mäßig willkommen im lager da ist so eine pesos kiste crazy oder oh they convinced me let's join the g3 ok hier rekrutieren die burschen wohl volles rohr oh fight music so easy wow look at that look at that they got there they're fucking dealing with some creepels over there dumpfucks hehehehe dumpfucks dumpfucks hier stimm ich die schon ein ich bin erstmal drüber ganz entspannt Bounty Hunters ja scheiß mal auf die sie sind ja beschäftigt aber auch ganz elegant was ist das denn was soll ich da machen ich raste ich muss wahrscheinlich die etage tiefer aber oh ich stier einfach gar nicht erzählt dass ich hier rumrenne irgendwie doch nicht alter hier hat's wohl auch nicht geschossen ich raste auch nicht oder so lange ich kein trouble mache weil ich auch nicht angestudelt ok perfekt da ist auch so ah die kirche erst raus wenn ihr clear ist oder ich soll da hin wie komm ich da rein bruder hier sind halt solche Bomben ne würde das reichen I don't know ich möchte auf shoote ja das bringt ja gar nichts dicker ich check's gar nicht überhaupt nicht ja aber jetzt habe ich auf jeden fall den aufmerksamkeit da ist noch ne Warp Basis da sind die scheiß Dinger ne die gehen mir auch so auf den Zünder he da gehen wir ein bisschen mit Neife in die Runde rein hier oh zweimal sogar aber nicht OneHand ja ja ich hoffe es passiert hier was passiert hier schlitz bam 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 schlitz alle mit One on the One Jet neiler schlitz 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 no way out for you yeah man schlitz 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 no way out for you er muss gar nicht schmeißen ich muss ein bisschen weiter operieren, ich muss hier rein, tschüss Ah, ihr habt mir so Recruitment Center Oh ne Okay, die sind keine Dings-Klamotten gestattet Okay Ich bin ein Weg, um als G3 Recruit zu bestehen Okay, boy We got this Hä, warum ist jetzt? Ich wollte kurz sagen Ja, mit dem Wegpunkt ist so Hä Ich glaub mir, ja Ah, das boi hier Okay, also wir sollen Das ist auch nicht richtig Ja, wir gehen rein, komm mal Okay, wir müssen uns beeilen, sonst fällt der Scheiß ab, okay Du bist in Dreadtown Die Stelle ist echt Wow, look at that stamina, you must have been on track team or something Ja, das ist Ja, das ist Ja, das ist Training, torture What's the difference, I say Look to your left, now look to your right Both of those people are gonna die today You are about to jump right into an accurate warp based simulation Kind of made me perfect And let me tell you, you're probably gonna die But hey, if you don't, you get to join the G3 Big whoop Alright, that's it Lock and load fuckers Oh my god, is that Alright, shut up You saw that, right? That was a Gatleon Douglas has a Gatleon We got a rescuer Jesus, these fucking Merkeloids Fuck, here we go Shit, I hope it's not too difficult Was sollen wir jetzt machen hier? Hey, läuft Ihr Mistviecher, Alter Wahrscheinlich, so wie das jetzt verstanden, oder? He, esse Kein Problem weiter Really not a problem, boy Muss ich nur an den Tag kriegen hier Wann eben ein großer, da Hey, schwein Gib mir deine Rüstung Danke Okay Alright, that's, that's the last of them Right? Oh, okay You beat all the weak guys Easy Really easy Never gonna do the obstacle course Alright, man Die einfachen Geis haben wir platt gemacht, okay You do remember how to jump, right? Ah, okay, jump and run Verstehen, verstehen Wenn die die ganze Zeit an Ne, wenn sie nicht So, was ist das für ein Muster? Ja, okay Tick, 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 tick Let's go Und jump Oh Okay Zack, 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 und los Und rüber Aua Oh Gott Oh Gott I have a pacemaker I have a pacemaker One zap would kill me Hey, you go ahead Hey, you go ahead Ich lasse die Ficker mich angreißen, oder? Ich lasse dich mal am Leben, oder? Alright, I see what's popping here It's easy to get into the G3 Let's wrap this up, huh? Damn, good jump That last bit was tougher than I thought it would be Okay Der bin ich abgefuckt Gut, oder? Konnte er am Leben bleiben Wo ist denn mein Stuhl? So you made it past the first training exercise Big deal That one was easy We lied and said it was hard to scare you Oh, it's fun to freak you out To fuck with your heads Now get ready for exercise two It starts at one hour That's right You have to wait a full hour We're testing your resolve So just stand there patiently and wait Then this door will open and you can continue What the fuck I look like waiting a whole another hour? There's gotta be a way we can skip all this part I don't want to wait a minute Okay, finally Oh, let's bust out of here and have some real fun Let's get back to the real fun Okay Wahrscheinlich auch die Prüfung für die Idioten die einfach warten Aber Ich glaube nicht dass die so hoch drauf sind Mauerleiden Aber wir sind schon full, ja? Oh, look who missed me! Ne, das nicht Na, da kommen wir Wait, das ist kaputt Mit Goose? Nein, okay Was im für hier Was das? Zippling Goop is wearing off? Oh, yo Back in action Let's do this shit Let's just chill on killing for a sec Oh my god, hello! Thank god you're here My name's Dr. Joopy Douglas kidnapped my whole family And I'm trying to sneak in and save them But I just can't get through these pipes in the next room Oh my god, I'm freaking out Oh no 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 no, calm down bud You just lucked out We're the same team Let us help God, I'm so worried I'm gonna I'm gonna throw up You really help me? Oh gee I'm so grateful Follow me You got to connect these pipes for me So I can get through and save my family Hey Well guess what little guy I love puzzles I can't get enough of them We're gonna handle this Oh how wondrous I'm forever in your debt I don't know how I can ever repay you God my poor family My wife Klimi My kids Hoopy and Froopy I'm gonna get to see them soon Oh wait a minute My wife here Oh Ah fast Oh Yeah Oh 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 You did it You got the door open Listen I'll never forget this You're my personal hero Hey don't you fret And don't you mention it Okay truly And I mean that Oh Did you say you're You're heading to find Douglas too? His office is that big building up on top of drag town But there's a zip line just passed here that'll take you right to him Okay Hey that wasn't so bad You think he's gonna be able to get his family back on his own? What is this real alter? Nur die zip line Was hin und her jumpen? Okay Wir gehen direkt auf die linke Okay And the rule And the rule Four Those are knaps What are you gonna do to stop us now? What are you gonna do to stop us now? You evil sack of shit Oh fuck Where are we? What is this? Congratulations to all of you worms who made it this far in your training It is now time for the final test A bloody free for all Last one standing gets to join the G3 No rules Just killing Okay Okay Oh Looks like we don't have a choice, huh? Goddamn Get the shooting bounty hunter Bang Damn Yeah, good job Congratulations recruit Now, uh I don't know Fight some more guys Ha 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 Goose Fur The Goose Get some Get some Take a Ha 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 über zwei okay that's a stinger that's a stinger that's a stinger that's a stinger there's to slide right of mine rider boy after that cup rex out 16 mercs blood come on bam in your face okay come hey are you fucking serious right now so jetzt haben wir mich erkannt wa? bounty hunter door is closed tschüss 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 wohnstech der große hatte gar nichts drauf gehabt aber auch perfekt mit der scheibe warum müssen wir schon Ich bin der Tengue da, ja. okay aber dazu wird es nicht kommen würde ich vorher ausläschen und eine waffe nehmen ich bin dabei bruder Können wir mal Luki Luki machen Was ist das doch eigentlich Ok wir müssen da hoch Oh der ist jetzt schon wieder Ich dachte ich bin jetzt ein offizielles Mitglied Wieso schießen die da auf mich? Weil ich nehm mal den Kleber auf mich ab und das ecklige Kackzeug Du Wieso lebt der immer noch? Bist doch komplett nackt Junge Don't run away bitch Shut the fuck up I'll fuck you up Okay Alrighty Pesers Okay Kann ich hier stehen bleiben oder wär ich dumm gefahren? Das sieht gut aus Perfekt Passt doch Ok Unter Dreadtown Ach unteres Dreadtown What the fuck are they? Fersed Unit 20 2 2 2 3 1 2 3 schlitz das ist ein probieren so ist ein wapp gebaut sollte schaden machen Das ist nur weg, eine für dich. Ja, das ist ja wieder stimmt. Wo ist die andere Fäcker? Was ist denn mit euch los oder? Oh lol. Wo? Bist du Ratte? Da! So, aber ich würde sagen, wie es weiter geht, sehen wir dann in den nächsten Folge, weil wir sind nämlich schon am Ende der Folge angelangt. Ich denke mal in der nächsten Folge treffen wir auf Douglas. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Ein Abo wird mich auch sehr, sehr doll unterstützen. Kommentar wird den Algorithmus noch mehr unterstützen. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dafür kurz die Zeit nehmt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. John. Das war's für heute. Vielen Dank.